Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal My You Can't Me. Der Frühling steht vor der Tür, bald ist Ostern, deswegen spielen wir heute Hoppelhase Hans. Die Akkorde, die wir für Hoppelhase Hans brauchen, sind ein C, dazu legen wir den Ringfinger im dritten Bund der Ukulele auf die erste Seite. Der nächste Akkord, den wir brauchen, ist ein G, dazu wandert der Mittelfinger auf die erste Seite im zweiten Bund, der Zeigefinger auf die dritte Seite im zweiten Bund und der Ringfinger wandert auf die zweite Seite der Ukulele im dritten Bund. Des Weiteren brauchen wir für Hoppelhase Hans noch das F, dazu wandert der Mittelfinger in den zweiten Bund der Ukulele auf die vierte Seite, die ist ganz oben, und der Zeigefinger kommt dazu auf die zweite Seite der Ukulele im ersten Bund. Die Akkorde, die wir brauchen, haben wir, dann legen wir los. Wir starten mit der Akkordfolge des Refrens. Wir haben ein G, zum C, zurück zum G, zurück zum C, dann wechseln wir zum F, zum G, wieder zum F, wieder zum G und beenden mit dem C. Die ersten vier Akkorde werden jeweils zweimal für vier Taktschläge gespielt. Die zweiten Akkorde werden nur einmal vier Taktschläge gespielt. Das klingt dann so. Mit dem G geht's los. Wir haben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 10. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, wieder G, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, wieder C, 1, 2, 3, 4, jeder Akkord nur einmal zum F, 1, 2, 3, 4, zum G, zum F, zum G, zum C. Danach wechseln wir in die Strophe. Die Akkordfolge der Strophe lautet G, wieder G, wieder C, wieder der Wechsel vom G, zum C, zum F und zum G. Diese Akkorde werden jemals einmal über vier Taktschläge gespielt. Ihr könnt das Lied mit ganz normalen Abschlägen spielen oder ihr spielt tief hoch, tief hoch oder ihr nehmt mein Lieblings Schlagmuster, nämlich tief, tief hoch, hoch, tief hoch. . . . Ope, Hase, Hans, oh 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 Der Tanz geht los mit den Fingern und dann sind die Hüften dran Die arme Schlinge, gerade so wie mein Schlangenmann Ope, Hase, Hans, oh oh oh, macht heute einen Tanz, oh 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 Ope, Hase, Hans, oh oh oh, seht man an den Tanz, oh 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 Er winkt unseren Kindern jetzt zu Hallo, ich bin nicht schwer, bist du? Komm auch dazu Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst es mich wissen. Klickt den Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Frohe Ostern!